Durch den Abstieg von Leeds United aus der Premier League ist es einigen Spielern im Kader der Engländer ermöglicht worden, dank einer Klausel den Verein per Laie zu verlassen, wovon ja unter anderem schon die Eintracht aus Frankfurt mit Robin Koch profitierte. Und nun ist das Ganze auch bei Borussia Mönchengladbach der Fall, die eben jetzt die Verpflichtung von Maximilian Wöber bekannt gaben, per Laie für eine Saison von Leeds United. Das Gerücht hielt sich ja jetzt schon länger und jetzt ist es wie gesagt perfekt gemacht worden. Zu Wöber selbst muss man sagen, er ist österreichischer Nationalspieler, 25 Jahre alt und als seine Position wird jetzt derzeit meistens Innenverteidiger genannt. Interessanterweise hat er aber in den letzten Jahren so ein bisschen eine Transformation zum Linksverteidiger gemacht, ist nämlich 1,88 groß. Dementsprechend könnte er physisch eigentlich problemlos Innenverteidiger spielen. Macht das auch noch je nachdem, wie die Kadersituation ist, wo er spielt. Also da ist er recht flexibel, aber wie gesagt zuletzt meistens Linksverteidiger gewesen, vor allem natürlich in einer Viererkette, sei es bei Leeds oder der Nationalmannschaft oder aber auch bei Salzburg, für die er ja noch bis zur Winterpause spielte und dann halt eben zu Leeds wechselte, um da zu helfen, dass sie nicht absteigen, was aber am Ende nicht gelungen ist. Da Wöber eben Linksfuß ist, ist er wie gesagt eigentlich nur für die linke Seite vorgesehen, also entweder linker Innenverteidiger oder Linksverteidiger. Je nach System weiß ich jetzt nicht, was Gladbach spielt, wahrscheinlich eher Viererkette, aber bei einer Dreierkette wäre er natürlich auch von seinem Spielerprofil her ideal für den linken Innenverteidiger geeignet. Aber ich denke jetzt mal, die werden Viererkette spielen unter Seohane und da ist er dann eben für diese zwei Positionen gedacht, wo er vor allem in die Innenverteidigung mehr Flexibilität bringt, denn da hat man ja fast nur rechtsfüßige Innenverteidiger mit Elwedi, Itakura, Friedrich. Man hat jetzt eben noch Chiaro Dia, den man von Bremen geholt hat, als Linksfuß, aber der ist natürlich auch noch recht jung und unerfahren. Und auch wenn man die Linksverteidiger im Kader der Gladbacher betrachtet, hat man da eben nur Netz und Ulrich, die beide natürlich auch noch sehr jung sind und noch nicht wirklich viel Erfahrung auf Profiniveau gesammelt haben. Und da bringt sie ein Wöber im Kader echt nochmal weiter. Zum einen qualitativ, dass er da eben einfach spielt, aber ich denke mal, er kann den jungen Spielern da noch viel mitgeben und sie auch nach vorne pushen, denn er ist zwar erst 25 Jahre alt, hört sich jetzt nicht allzu erfahren an, aber wenn man jetzt mal seine Karriere betrachtet, hat er auch schon einige internationale Spiele gemacht, sei es eben für Red Bull Salzburg, für die er zuletzt gespielt hat vor Leeds, aber er war eben auch schon trotz seiner jungen Jahre bei Ajax Amsterdam, aber auch beim FC Sevilla unter Vertrag. Klar, das Ganze ging bei beiden Vereinen nicht ganz so auf, wie er sich es vorgestellt hat und dementsprechend kam dann eben der Schritt zurück nach Salzburg in die Heimat. Aber ich glaube, er hat jetzt über die Jahre auf jeden Fall viel dazugelernt und hat definitiv die nötige Qualität für Gladbach, um denen eine Hilfe darzustellen. Und ja, auch wenn es nur eine Einjahresleihe ist, sehe ich da auf jeden Fall einen guten Spieler, der sie ordentlich nach vorne bringen wird für diese Saison jetzt. Was danach passieren wird, ist natürlich noch ungewiss. Es ist natürlich keine Kaufoption im Vertrag enthalten. Er hat trotzdem Abstieg seinen Marktwert auf 14 Millionen Euro steigern können, wodurch natürlich auch ein Transfer im kommenden Sommer, wenn die Laie eben abgelaufen ist, eher unrealistisch erscheint. Vor allem da sein Vertrag bei Leeds natürlich auch noch lange geht, da er erst im Winter dorthin gewechselt ist. Aber da muss man halt eben schauen, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall ist er eine enorme Hilfe für dieses eine Jahr jetzt für Gladbach. Vom Spielertyp her passt er echt gut rein. Er hat eine gute Zweikampfquote. Ansonsten blockt er auch viele Bälle, ist defensiv eigentlich echt solide. Und ja, man weiß einfach, was man von ihm kriegt da. Kopfballduelle ist ja nicht der allerbeste, trotz 1,88. Kann aber auch statistisch gesehen daran liegen, dass er eben oft Außenverteidiger gespielt hat. Und ansonsten, wenn man jetzt seinen Offensiv-Output betrachtet, so liefert er echt gute Flanken, wenn er Außenverteidiger spielt. Ansonsten trippelt er auch gut und gerne an, sei es als Innen- oder Außenverteidiger. Und kann den Ball so auch gut nach vorne schleppen mit dem Ball am Fuß. Aber auch sein Passspiel ist dahingehend jetzt nicht allzu schlecht. Und so kann er auch spielerisch dem Gladbara-Team definitiv weiterhelfen. Das ja auf jeden Fall sehr interessant zu sehen sein wird. Nächste Saison unter Sejuane. Sind auf jeden Fall für mich so eine kleine Wundertüte. Aber wenn ich jetzt mal nur die Transfers von Roland Virkus betrachte, dann macht er da echt einen guten Job aus den Möglichkeiten, die man hat. Und da muss man ihn echt loben. Einen Wöber einfach so aus dem Arm zu schütteln, verdient auf jeden Fall echt Respekt. Denn er hat auf jeden Fall seine Qualität unter Beweis gestellt. Auch bei Leeds zuletzt, auch wenn sie abgestiegen sind, war er echt einer der Besseren. Und daher kann man Gladbach auf jeden Fall nur gratulieren zu diesem Transfer. Schreibt mir gerne auch mal noch eure Meinung zum Transfer in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.